So, was ist denn los? Willst du uns was zeigen? Ich folge... Ja, ich folge die mal. Das ist bestimmt eine gute Idee. Was ist denn... Zeig mal her, Kleiner. Das ist ein absolut natürliches Krähenverhalten. Da kann man sich ja nun wirklich nicht beschweren. Auch die Musik dazu, normal, wenn man in den Wald geht. Schon wieder das Tuch. Und es ist der Stoff aus dem Keller. Ich wollte es nur mal sagen, ne? Wer in den Mord an Martha verwickelt sein könnte. In diese Gedanken verloren, vergingen Stunden und ich vergaß die Beerdigung völlig. Als ich merkte, dass es bereits Abend war, trugen sie den Sarg bereits zum Friedhof. Sie hat mich nie geliebt. Das wusste ich genau. Aber ich wollte es nie wahrhaben. War sie es gewesen? Es fiel mir schwer, es zu glauben. Aber es ergab alles einen Sinn. Am See muss sie gedacht haben, dass Martha ich sei. Denn sie war überzeugt, dass ich tot bin. Aber wie kommt der Stoff da sonst hin? Vielleicht als sie uns gerettet hat, eventuell? Als die Beerdigung zu Ende war, verspürte ich einen unwiderstehlichen Drang zu spielen. Ich liebte Musik. Ach so. Ich begann zu spielen, ohne über die möglichen Konsequenzen nachzudenken. Es war mir egal. Ich wollte mich lebendig fühlen. Wieder existieren. Oh, schön. Ich bin mal kurz weg. Was ist hier los? Julia? Bist du das? Nein. Das kann nicht sein. Martha hat noch nie gespielt. Sie ist taub. Und doch... Nein. Das ist Wahnsinn. Mein Gott. Also ist Martha... Jetzt verstehe ich. Du kannst jetzt die ganze Aufmerksamkeit bekommen, oder? Du warst eifersüchtig, stimmt's? Weil sie ein wunderbares Mädchen war. Und du nur eine nutzlose kleine Schlampe bist. Wie hast du es geschafft, sie zu überzeugen? Oh, jetzt verstehe ich es. Aber sie... Sie hat sich mit mir unterhalten. Ich... Ich... Nein. Das ergibt keinen Sinn. Ich werde dich in eine Anstalt einsperren lassen, hörst du? Das reicht. Du wirst für deine Taten bezahlen, du verfluchte Irre. Sie werden dich foltern, um die Monster in deinem Kopf zu entlarven. Ihre Worte waren scharf wie Rasierklingen. Ich versuchte ihr zu erklären, dass ich es nicht gewesen war. Ich zeigte ihr die Fotos, die ich entwickelt hatte und die meine Unschuld bewiesen. Aber sie wurde nur noch wütender, nannte mich verrückt. Und dann begann sie mich mit allem zu schlagen, was sie griffbereit hatte. Ich schloss die Augen, als die Dunkelheit in mir immer mehr Besitz zu ergreifen begann. Erinnerungen kamen zurück. Keine Erinnerungen an Ereignisse, sondern eher an Gefühle. Gefühle, die ich als Kind empfand. Sie waren unheimlich. Das waren die Ängste eines kleinen Mädchens. Das Gespräch mit der weißen Frau hatte mich noch mehr verwirrt. Aber wenigstens hatte ich jetzt diesen Schlüssel. Am Abend zuvor versuchte mein Vater verzweifelt, mich zu trösten. Sprich mit mir, Julia. Du weißt, dass ich dich liebe. Ich möchte nur verstehen, was passiert ist. Ich bin froh, dass du am Leben bist. Auch wenn wir Machter verloren haben. Deine Mutter stand unter Schock. Sie wollte dich bestimmt nicht verletzen. Doch, das wollte sie. Das wollte sie ganz gewiss. Ich habe mal eine Frage. Wir haben noch gar nicht mit der weißen Frau geredet. Die weiße Dame. Wir waren noch gar nicht bei ihr, ne? Die Beerdigung war jetzt. Aber wir haben doch gar nicht mit der geredet. Warum sagt die denn... Das war bei mir auch so. Es wurde eine Szene gezeigt, die eigentlich später im Spiel auftauchen sollte. Oh. Oh, dann ist das gerade ein bisschen verschwurbelt hier, ja? Also ein bisschen... Und jetzt ist es erst neblig. Okay. Gut. Ich glaube... Block Eintrag 481. Ja, aber ich habe diesmal nichts gemacht. Ich habe das Spiel einfach gespielt. Und dann bin ich der Krähe hinterher, weil die halt sehr laut war und so. So rum ist das natürlich verwirrend. Das ist bestimmt gewollt. Das Spiel soll uns verrückt machen. Das soll uns kaputt machen einfach. Poster. Wir kommen nicht mehr rein, ne? Kommen wir unten rein? Wahrscheinlich auch nicht. Boah, die Mutter, ne? Ich hasse die Mutter. Ich hasse die so sehr. Oh, ich krieg... Ich krieg richtige Aggros einfach. Ich sitze hier und krieg Aggros. Ich muss mich unter Kontrolle halten. Wegen dieser verkackten Mutter. So. Lass mich raten, oben... Oh, diese Schneiderpuppe. Oben ist die Tür zu, ne? Wir kommen wahrscheinlich nicht ins Haus. Ja, natürlich. So. Und der Vater liebt seine Kinder. Ist aber halt Nazi. Schwierig alles. Sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. So, deswegen wollte ich eigentlich auch hier hin. So. Das wollte ich eigentlich vorher schon gucken, ob da wieder was liegt. Der Gelbfilter. Wenn es schneien würde, wäre er perfekt. Mh, naja. Nö. Der Grünfilter. Nützlich für Landschaften. Oh, schön. Ich sage Instagram. Wir machen erstmal schönes Landschaftsfoto. So. Okay. Also so aggro, wie die Mutter ist, ne? Auf diesen Tabletten und so auch ständig. Hat die vielleicht aus Versehen die Schwester getötet, oder? Vielleicht wollte sie es ja gar nicht. Und es ist aber passiert. In irgendeinem von ihren Fieberwahns. Eventuell. Ich weiß ja auch nicht. So. Ich gehe mal kurz hier lang. Ich gehe mal kurz. Hier war Sackgasse. Ich wollte auch mal so ein bisschen rumgucken, ne? Wir haben uns noch gar nicht so richtig umgeschaut. Der Wald ist da. Der Wald ist schön. Gut, jetzt keine Sonne mehr. Das ist schade. So. Guck mal hier. Ich weiß nicht, was ich zu finden hoffe. Aber was kann ich sonst tun? Wir werden hoffentlich sehen, ob sich unter einem dieser Gräber etwas verbirgt. Ich hoffe, dass der Infrarot-Film uns das zeigen wird. Ja, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. So, benutze ich die Kamera. Okay. Infrarot- Hä? Sag mal. Warum wackelt denn der so? Infrarot. Let's go. So. Und Blitz. Infrarot und Blitz. Äh, schönen Filter hier. Dunst. Nee, lassen wir mal. Rot-Filter für kontrastreiche Fotos. Nee. Gelb-Filter für Landschaft. Nee. Grün-Filter. Ist alles sehr schön. Ich lasse heute meine Instagram-Skills mal zu Hause. Ah ja. Okay, das sieht schon ganz... Das sieht besser aus, ne? So, vielleicht. Fokussierung. So. Erforderlich erweitern. Äh, sag mal. Hab ich das nicht... Ausgewählt? Jetzt haben wir es ausgewählt. Okay. Dann... Auslösen. Kurz warten. So, das hätten wir schon mal. Gräber. Hallo? Ich hab grad einen Elefant gehört. Benjamin. Benjamin. Du le... Oh Gott, das ist neblig. Sehr neblig gerade. Wo geht's denn hier hin? Bei Nebel im Wald ist halt auch schön, ne? Da kann man sich so herrlich entspannen. So. Hä? Ähm. Was ist denn? Was ist das? Das war früher nicht da. Ist das ein Bunker? Aber da drin ist ein Lagerfeuer. Wie komme ich da rein? Ein anderer Eingang vielleicht? Ja, das mag sein. Okay. Vielleicht von oben. So ne Dunstluke oder so. Guck mal hier. Okay, 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 okay. Das ist bestimmt ein Bunker oder so, ne? So, okay. Wir gucken uns mal ein bisschen um. So. Ein schöner Bach. Ach, guck mal, hier waren wir schon lange nicht mehr. Ohne Schuss hätte ich den Ort fast nicht wiedererkannt. So, warte. Ich laufe noch ein bisschen rum und gucke, ne? Nicht wundern, äh, weil wir schon lange nicht mehr hier waren. Die Musik ist ein bisschen ruhig aktuell. Die lässt ein bisschen zu... Wünschen übrig. Aha, hier flimmern Texturen. Könnte aber auch das Geistreich sein. Die weiße Frauen im Kontakt auch vielleicht. So, warte. Hier hätte ich langlaufen sollen. Hier bin ich langgelaufen. Hier. Ja. Oha. Als Rache packt das Unterdrückte Volk den Schlechter an der Kehle. Adolf Hitler. Kommunistische Partei Italiens. Vergeltung für Lapo. Gut, das, was wir dem Vater verraten haben. Das war, äh, das wird bestimmt eine tolle Entscheidung gewesen sein. Oh, wir müssen noch mal Karten legen. Mach ich aber gleich. Warte mal, ich will mal ganz kurz eben den hier machen. Warte mal, benutze ich die Kamera. Jetzt gehe ich mal kurz nach unten. Mal gucken, ob das geht. Höhe. Nein, es geht nicht. Ah, ich wollte das gerne fotografieren. Neigung auch nicht gut. Okay. Äh, Control. Vielleicht eine andere Linse. Ich glaube, die Linse ist ganz gut. Äh, das lasse ich mal. Blitz noch ein bisschen. So, und dann sollte ich vielleicht Fokussierung, ich mach erstmal hier wieder aus und dann mach ich mal so, ne? Dann machen wir die Fokussierung gleich nochmal ein bisschen anders. Als Rache packt das unterdrückte Volk den, da steht auch nochmal irgendwas, ne? Ach, Rache, hier Dingens, Vergeltung für Lapo, okay. Mach mal nochmal schnell hier. So kann man's viel besser lesen. Machen wir nochmal schnell ein Bild davon. So. Okay. Errungstatt freigeschaltet. Die Herrscherin? Bella, ciao, Bella, ciao, Bella, ciao, ciao, ciao. So. Und dann... Hallo? Ähm. Äh. Achso, hier, ich muss hier... Ich kann hier nicht rüber, weil da ein Ästchen liegt. Natürlich. Ich bin ja nur ne schwache Frau. Deswegen kann ich ja nicht rüber. Hätte man berücksichtigen müssen. War doof von mir. Okay. Äh, dann hier links rüber. Ähm. Hier wären wir wieder am Beach. Hier ist auch weniger Nebel. Hier ist halt echt viel schöner. Ist das eigentlich unser Haus da oben? Und was ist das? Ähm. Ihr seht das auch, ne? Hier ist halt so ne kleine, so ne kleine Nebelschwade. Hier ist ein Boot, aber hier, hier, warte mal. Ich mach mal Infrarotfoto, warte mal. Ein Orb. Oh. Schreib ins Buch. Äh, warte. Ich mach mal ganz kurz eben hier. Infrarotfoto. Vielleicht geht's ja. Äh. Äh, soo. Einstellung. Ist das still hier? Mit Blitz. Warum nicht? Und dann Belichtungszeit. Ein bisschen heller, ne? Fokussierung. Ich weiß halt nicht genau, wo. Wie fokussiert man Nebel? Der ist ja näher dran. Also wahrscheinlich irgendwie so. Ich bin gespannt, ob das was wird. So. Äh, bevor wir das Boot betreten. Wir haben noch ein paar Sachen zu tun, ne? Wir müssen ja, ich bleib nochmal hier. Wir müssen, ein Telefonat weiß ich nicht, aber wir müssen auf jeden Fall erstmal, äh, Karten legen. Das gehört dazu. Zugehörigentscheidung. Nochmal. Ich wisch ein bisschen besser durch diesmal. Weissagung. Lass mal gucken. Äh, hier. Das Rad des Schicksals. Hä? Das ist ein Fahrrad. Das ist das Fahrrad des Schicksals. Dann hier. Der Gehängte, aber andersrum. Ne, war schon richtig rum. Der Gehängte. Oh, okay. Das war die Gehängte, oder? Und dann hier unten. Der Falschrumme Wagen. Ich werde es schaffen. Es wird sich alles irgendwann ändern. Aber das Glück wird nicht mein Verbündeter sein. Und es wird alles sehr schwierig werden. Aber wir schaffen's. Wir müssen uns nur durchbeißen. Haben wir geler... Gelernt. Was ist es? Ich beginne zu glauben, dass die weiße Frau nicht nur eine Legende ist. Und das macht mir ein wenig Angst. Es ist seit ein paar Tagen hier. An einem Ort, der sowohl mir als auch ihr gehört. Was? 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 Ich, ähm... Ja, Siggi. Na, Logan. Natürlich. Das ist uns allen klar. Der Ort gehört mir, dir. Der gehört allen. So läuft's doch. Dachte ich. So, äh... Puh. Aber einigen vielleicht ein bisschen mehr als anderen. So, dann geh ich mal kurz hier hin. Da sind schöne Blumen. So. Ich mein... Was soll jetzt noch schief gehen? Wir haben jetzt so eine weite Reise hinter uns. Was soll... Also ganz ehrlich, ne? Wir haben bestimmt das Schlimmste schon hinter uns. So, warte. War da nicht noch ein anderer Ort mit diesem komischen verfallenen Haus? Da können wir vielleicht auch noch ein Infrarot. Hier war die Textur wieder. Ähm... Nochmal kurz ein Infrarot-Fötchen machen. Eventuell. Ein weiterer Schuss in den Rücken könnte normal schlimm sein. Ich hab... Ich musste dran denken, als sie den Brief nochmal gelesen hat... Das wär eigentlich lustig, aber eigentlich überhaupt nicht. Aber... Naja. Und immer wenn sie den Brief irgendwo liest... So. Okay. Hier wäre doch was, oder? Können wir hier nicht auch? Ich mein, hier ist kein Infrarot-Zeichen, aber... Ich würd vielleicht doch nochmal. Just for fun. Weil ich immer hoffe, dass da noch irgendwas ist. Und wir irgendwas entdecken, was vielleicht noch nicht so oder so, ne? So. Kreuz muss unten rein. Das ist richtig. Äh... Hier. Achso, ich mach erstmal hier. Ich mach erstmal... Infrarot. Bin ganz ehrlich, das lass ich weg. Wir hatten noch was gegen Nebel, ne? Kontrastreich. Fernaufnahmen mit Dunst. Ist ja keine Fernaufnahme. Kontrastreich, kontrastreich. Kontrastreich. So, let's go. Und dann noch das Kreuz. Scharf. Okay. Das H. Ja, hier ist das H. Da ist das H. Da sieht man's auch deutlich. Das gute H. Achso. Ja, okay. Ist kein Infrarot dann. Ja, das ist doof. Dann mach ich... Ja, schade. Egal, dann mach ich so. Ich hoffe einfach, dass man irgendwelche Sachen noch entdecken kann dadurch. Das wär toll. Die man vielleicht nicht muss, aber kann. Dass was belohnt wird. Gerade, ne? Wenn du so ein Spiel hast, wo du Fotos machen kannst. Ähm, dass man noch manche Sachen hat, die belohnt werden einfach. Nicht nur mit einem Foto, sondern vielleicht einfach auch mit irgendwas, was man eventuell entdecken kann. Was ist denn hier? Nix. Okay, cool. Hat auch ein bisschen was von Vanishing of Eason Carter, ne? Was für ein schöner Ort. Errungenschaft freigeschaltet, der Turm. Aber wir waren schon mal hier. Wieso sagt ihr das jetzt erst und warum kriegen wir das Achievement erst jetzt? Wir waren auch schon mal hier. Springen kann ich nicht, ne? Ne. Kann ich mich da reinbacken? Block Eintrag 792. Okay. Ich mach mal nicht. Wahrscheinlich wieder zu früh da. Ja, wahrscheinlich ja. Ich mach mal ein Foto hiervon, oder? Komm, ich mach nochmal. Hiervon mach ich auch mal ein Foto. Wir kriegen nichts dafür wahrscheinlich, aber... So. Sieht ja auch schön aus. Was machen wir denn da für eine schöne Linse? Ich bin ganz ehrlich, ich würde die Farben gerne so lassen, wie sie sind. Noch näher ran muss ich nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich bin zufrieden. Das auf keinen Fall. Filter brauchen wir nicht. Blitz? Nein, auf keinen Fall. ISO für schattige Außenbereiche oder gut beleuchtete Innenräume. Um Gottes Willen. Fotofilm für draußen, wenn es sonnig ist. Ist es ja gerade nicht. Okay, gut zu wissen. Pitoresk. Ja, für wahr. Ah, wir sind schon am Limit. Okay, Fokussierung. Na gut, kein Infrarot. Bei dem... Also hier glaube ich eher nicht, oder? Also ich könnte natürlich. Das ist so schwarz-weiß. In der Demo war hier die Special Quest mit den Puppen, falls ihr euch erinnert. Da mussten wir hierher, wegen diesen Puppen. So. So. Geht's hier irgendwo hin? Ne, ne, man kann ja nicht... Ne, man kann ja nicht lang. Okay. So. Die Puppen waren aber nur für die Demo. Die waren nicht fürs fertige Game. Das war nur so ein extra Quest, die man machen konnte. So. ISO wird man immer so niedrig wie möglich vom Licht her, sonst krisselt das Bild. Ah. Alles klar. Okay. So. Fahrradpumpe fehlt uns auch immer noch. Übrigens. Ach, telefonieren können wir ja auch nicht. Die Telefone sind ja alle drin. Ich gehe die ganze Zeit zurück. Okay. Ich gehe hier die ganze Zeit zurück, aber... Ich weiß auch nicht, wohin. Das Tor ist jetzt geschlossen. Okay. Radfahren dürfen wir auch nicht, das stimmt. Ja, guck mal. Was ist denn hier noch? Die weiße Dame, die Geliebte. Der Geliebte. Entwickle das Foto, überprüfe, ob was Ungewöhnliches drauf ist. Ach, das war das, was wir gerade gemacht haben, ne? Die Kommunikationsleitung. Finde den Telefonmast, schneide die Leitung durch. Der Telefonmast. Der Telefonmast. Ähm... Der Tele... Komm mal da hin, ne? Nee, ne? Oh, warte mal. Hier geht's ja raus. Huch! Hä? Ach. So. Ja, gut. Vergiss das. Ich dachte gerade schon. Oh, das ist ja so schön gewesen. Es ist so still im Spiel. Hier ist keine Musik, irgendwie. Das ist so ein bisschen... Das ist noch bedrückender. So. Ich guck mal kurz. Ist das hier? Hier sind wir dem Raben gefolgt, ne? Hier ist aber wo an... Hier ist wo anders. Hier ist aber wo anders. Okay, wir können dem Fluss folgen. Einfach komplett. Und kommen dann unters Tor. Okay. Das war eine Demo. Das ist noch gar nicht... Ich kam hierher zum Angeln, als ich klein war. Ich ging mit dem freundlichen Mann, der für meinen Vater arbeitete. Ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Vielleicht ist er auch in den Krieg gezogen. Wäre möglich. Okay. Hat mich voll erschrocken gerade. Der ist so still. Ach, dann waren wir hier rund... Ah, okay. Bisschen erkunden ist, glaube ich, auch, ne? Bisschen erkunden ist, glaube ich, auch eine gute Idee. Das hier ist nichts. Das ist nur Schmutz. Es ist nur Schmutz, Leute. Ähm... Ins Wasser selber können wir auch nicht hier, da muss man aber nochmal die Textur bearbeiten. Entschuldigung. Entschuldigung, ähm... Blogeintrag 7893. Äh... Guck mal da rüber. Das... Okay, das bin ich. Ich höre so Geräusche auf dem linken Ohr, aber das bin ich selber. Können wir hier sonst nix machen? Hier geht nur die Treppe runter und wir können aber nicht über den Fluss und nirgendwo hin und gar nichts. Okay. Dann, da sind auch noch Masten. Ich weiß, ehrlich gesagt, nicht genau, welchen Mast wir uns vornehmen sollen. War da was auf dem Boden? Was? Wo? Wo hab ich meine Augen nur schon wieder? Überall, aber nicht da, wo sie sollen. Ich drücke Leertaste. Ombun? Hier ist nichts. Ich weiß nicht, was ihr gesehen habt. Aber hier war auch nie was. Gut, okay. So, warte. Äh, ich schau nochmal auf der anderen Seite. Nur um sicher zu gehen. In diesem Nebel, da spielen einem die Augen auch Streiche. Da spielen einem die Augen auch Streiche. Da ist nichts. Hauptsache, ich habe recht. Hauptsache, ich behalte recht. Da biege ich auch mal gern die Realität. Neuer Kameraskin. Neuer Kameraskin. Oh, alles klar. Oh, okay. Gut. Ist toll. Ähm, prima. Das, äh, habt ihr euch aber auch verdient. Muss man mal sagen. Ist es der Mast hier? Das sind zwei, das sind zwei Leitungen, ne? Haben sie auch gesagt. Zwei Leitungen. So, ich gehe da jetzt hoch und kappe die. Äh. Aber da müsste ich ja da rüber oder so, ne? Aber da komme ich nicht rüber, weil... Da ist auch noch komisch. This must be it. Das finde ich gut, aber die Frage ist... Soll ich dem Kabel folgen vielleicht? Vom Ursprung? Eines kommt von unserem Haus. Das hat er auch gesagt, ne? Eins kommt aus dem Haus. Was korrekt ist, ist unser Telefon. Und dem anderen Kabel sollen wir folgen. War das nicht so? Diesem hier. Okay. Das führt uns bestimmt zu dem Bunker, wo wir schon waren. Aus Versehen vorher schon. Ja, dem sollen wir folgen. Ähm, okay. Coole Idee. Lass mal folgen. Dem Kabel. Lass mal, äh. Sehr geheimer Bunker mit Kabeln führend. So, ich, ich muss mal... Ähm. ... Okay.